Nein, nein, Luca, da kommt Anna. Kill ihn, kill ihn, kill ihn, er darf nicht an unsere Kiste kommen. Ich bin tot, ich bin tot, schnell. Team Geld schießt mich. Unsere, nein, nein, unser Bett ist kaputt. Hallöchen, meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer Runde Bad Wars zusammen mit Max. Wir haben gedacht, wir nehmen einfach mal was auf für Max-Kanal und auch was für meinen Kanal. Das heißt, wenn ihr die andere Runde sehen wollt, könnt ihr auf Max-Kanal gehen. Hol du dir erstmal die Sache da, ne? Ja, ich halt wieder in den Arsch rein, weil es dann schneller geht. Immer. Gestern erzähle ich das Luca so und der hält sofort seinen Arsch rein. Ja, Junge, aber es ist ja eigentlich auch logisch. Also theoretisch. Stell dich mal normal hin, stell dich mal normal hin. Ja, man ist mit dem Arsch auf jeden Fall näher dran. Eigentlich muss es so sein. Arsch hinhalten. Ja, aber ohne Spaß, Max, immer wenn wir zusammen spielen, spielen wir diese Map, ne? Ist irgendwie immer so. Ja, oder die mit den Ballons, weil wir halt immer ein Zweierteam sind. Es gibt ja nur zwei Zweierteam-Maps. Ja, aber immer wenn wir aufnehmen. Wir haben bisher dreimal irgendwie, glaube ich, das zusammen aufgenommen und immer haben wir diese Map gespielt. Ja, wahrscheinlich, weil das unsere Stärke ist, diese Map hier. Baust du die schon mal vor? Ja, bau du irgendwie ein bisschen was ums Bett herum. Nur, dass sie nicht direkt durchrennen können mit der Faust abbauen. Willst du das mal machen und durchrennen und direkt bei den anderen mit der Faust abbauen? Nein, halt das Maul, das kannst du besser. Abbauen? Das ist schwer. Ich kriege ja schon mal das Gold hier in der Mitte gegettet. Das bisschen, was schon gespawnt wurde? Ja, bring's mit, dann machen wir uns Bögen und dann gehen wir direkt in den Angriff. Dann machen wir mal eine ganz, ganz schnelle Runde hier. Okay. Vielleicht schaffen wir es, wenn wir ganz schnell sind, so ganz, ganz schnell, wie du es gerne sein möchtest, schaffen wir es vielleicht sogar noch, eine andere Map anzuspielen. Aber das ist natürlich nicht gesagt, dass wir das schaffen. Wir probieren es einfach. Wenn diese Runde jetzt gleich schon mega lange dauert, warte, ich hole mir jetzt erstmal ein bisschen Rüstung. Hast du schon sich zum Silber gebaut? Nee, ne? Nein, mach ich jetzt, wollte ich jetzt machen. Okay. Ich lacht das jetzt. Was habe ich gerade gedroppt? Okay, ich mache uns zwei Bögen und baue du dich zum Silber. Nehmen wir es Silber. Nehmen wir es Silber? Ja, keine Ahnung, ist einfach Eisen, ne? Du nennst es immer Silber. Es ist, nein. Nimm das mal, geh mal hin und dann schau, was du in deinem Inventar hast. Ehrlich? Ja, guck's dir an, Luca. Warte, warte, ich bin gleich da beim Eisen. Silber. Es ist auch krank, dass da unten, wieso ist da unten eigentlich so ein Enderdrache? So ein komischer Dragon. Eisen. Nein! Da steht einfach Eisen. Echt? Ja. Heb den Bogen auf, ich habe den gedroppt, ne? Ja, und einen Pfeil. Habe ich auch. Hast du auch gedroppt? Wow, wow. Ich werde verfolgt. Ja, der liegt hier auf dem Weg. Werde ich verfolgt? Ne, ne? Ja, der baut unseren Weg ab. Warte, ist nicht so schlimm. Ist halb so wild. Nimm einfach den Pfeil hier. Okay. Ähm, ich baue jetzt den Weg wieder. Ich habe erst mal was zu fressen, kurz. So. Wir dürfen uns nicht aus der Mitte vertreiben lassen. Ähm. Ja, das war ja deine Aufgabe. Was? In the middle. Bisschen verteilen. In the middle of the street. Nein, ich. Garantisch. Jetzt bauen wir unser Bett noch ein bisschen besser ein. So. Okay. Ich musste auch ein bisschen aufpassen hier in der Mitte, weil ich habe natürlich kein Schwert. Wenn du mal mit einem kommen würdest, dann wäre das wahrscheinlich ganz hilfreich. Ein Schwert? In the middle, weiß ich. Ja, ich bringe mir mal eins mit. Natürlich. Wobei, ich habe Gold, dass ich mir ein Eisenschwert kaufen kann. Kauf mir noch keins. Hast du eh schon gemacht, oder? Ich habe es eh schon gemacht. Warte, hier. Na, egal. Halt's Maul jetzt. Mach mir ein Schwert. Hast du eine Kiste, oder so, ist es übrig? Ne, habe ich nicht. Ich hole mal ein ganz kurzes Gold hier, ne? Alles klar, mach das. Wir haben aber echt, ey, wir sind, wir gehen immer eigentlich ganz gut ab, wenn wir so als Team spielen. Wenn wir nicht gerade mal gegen irgendein Todescamper-Team spielen, oder so, dann... Die uns dann auch noch Camper nennen. Ja, das war so lustig. Wir haben so zusammengespielt und dann werden wir einfach so voll von denen beleidigt, weil die uns in unserer Base, also, sobald wir irgendwie einen Schritt in Richtung Mitte gesetzt haben, sind die direkt auf uns gerannt und haben auf uns geschossen und haben uns halt gekillt und dann haben wir uns Camper genannt. Wir konnten quasi nur in unserer Base bleiben, was anderes blieb uns nicht übrig. Ja, oder dieser andere Typ, der sich hier irgendwo verschanzt hatte. Ich wurde von irgendjemandem abgeschossen, von wem hätte ich dann abgeschossen werden können? Oh, ich wurde auch abgeschossen. Hier hast du drei Gold, Luca. Ja, ich habe eh schon fünf. Nice. Dann gehen wir zurück und... Boah, ich hoffe mal, dass ich jetzt hier nicht runtergeschossen werde. Oder hat er überhaupt schon irgendeinen Bogen? Ja doch, sonst wären wir ja nicht abgeschossen worden. Ja. So, bin drüben. Ich hole mir jetzt auch erstmal ein Schwert, ne? Mach das, ja. So, was machen wir jetzt als nächstes? Ich mache mir erstmal eine gute Rüstung. Haben wir eine Kiste? Ne, aber ich bringe hier ein bisschen... Es heißt echt Eisen. Scheiße. Ich bringe hier ein bisschen Eisen mit und... Ich hole jetzt mal eine Kiste. Oder soll ich jetzt mal eine Ender-Jazz packen? Ja, die brauchen wir nicht. Das lohnt sich nur, wenn wir zwei Stück haben, aber das ist Quatsch. Also, nehmen wir einfach nur einen. So, ähm... Dann rüste ich mich jetzt auch mal schön aus hier. Und du kannst dir auch ein Feuerzeug kaufen, sehe ich gerade. Wusste ich davor noch gar nicht. Wollen wir dann direkt schon mal auf ein Team draufgehen? Hast du gute Rüstung und so? Äh, ja. Ich bin eigentlich relativ gut equippt. Hast du auch einen Energy Drink? Ah, stimmt. Einen Energy Drink. Den muss ich mir noch holen. Den habe ich fast vergessen, ey. Kurze Erklärung. Selbstverständlich, Energy Drinks sind bei Luca, ähm... Schnelligkeits... Schnelligkeits-Tränke. Oh Gott, da ist einer in der Mitte. Ich habe Angst, dass der mich jetzt runterschießt. Oh Gott, er schießt, er schießt, er schießt. Was schießt der auf dich? Ein Pfeil, oder wie? Schieß den mal so ein bisschen ab. Machst du mal so ein bisschen hektisch. Oh, auf mich wird auch gerade geschossen. Auf wen schießt du überhaupt gerade? Also mit wem? Ja, ich auf gar keinen. Ich mache... Nein! Oh fuck! Wo bist du runtergeschossen? War das knapp, Alter! Ich war direkt... Oh Mann! Schade! Ich dachte, du lenkst die ein bisschen ab irgendwie. Ja, ich bin die da selbst am Sprachen. Oh scheiße! Ich hatte alles dabei, Alter! Ich bin hier 13 Silber, Eisen. Oh scheiße! Ey, das war jetzt echt kacke. Team Gabe. Team Gabe. Ganz jung jetzt. Oh Mann! Ja, ich habe auch nur... Also ich werde hier auch die ganze Zeit abgeschossen. Fuck, 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 fuck! Ich darf nicht stemmen! Oh Gott! Shit, Mann! Kommt ihr jetzt zu uns? Dann sind wir am Arsch. Sollen die doch kommen. Ja, das ist ein bisschen kacke. Du hast... Du hast gute Sachen, ne? Naja, ich habe halt einen Bogen. Sonst habe ich aber auch nichts Außergewöhnliches. Und doch, ich habe gute Sachen. Die kommen zu uns, die kommen zu uns, die kommen zu uns. Shit, Mann. Soll ich einfach mal, das Kenin runterzuboxen? Hast du denn irgendwas Wertvolles? Ne, ich save mal eben ganz kurz noch die Bronx und alles. Ich schieße gerade mit dem Bogen die ganze Zeit auf ihn. Ich habe ihn auch schon ein paar Mal getroffen, also viel Leben hat er nicht mehr. Komm, jetzt rücken wir vor, jetzt rücken wir vor. Nein, kaputt. Tot. Nice. Der Grüne da hinten regt mich gerade ein bisschen auf. Wow. Hast du Blöcke? Hast du Blöcke? Brauchen wir hier welche hin, wo ich stehe. Oh, der Grüne ist runtergefallen. Der wurde runtergeschubst von dem Gelben da, oder? Hat der einen Bogen? Ja, der Bogen. Wieso haben die denn alle Bögen, die Gelben? Weil er in der Mitte ist. Warte mal. Scheiße, Alter. Sollen wir in der Mitte rushen? Sollen wir machen? Komm, schnell, komm, schnell. Okay, ich komme. Shit, 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 shit. Ich gehe auf den Grün, ich gehe auf den Grün. Nice. Hast du ihn? Ja. Sehr gut, sehr gut. Ich habe mir das Gold hier geholt. Ja, hier ist auch noch ein bisschen was. Gute Sache. Team Blau ist schon komplett raus, sehe ich gerade. Okay. Da hinten kommen welche von Team Grün. Hast du Blöcke? Und, ja, ich habe welche. Kriegst du sie? Ja. Ehrlich? Ja. Nice. Pass mal auf bei dem da hinten, bei Team Gelb. Ja, ich schieße schon auf die. Soll ich dir mal das restliche Gold geben, was ich habe, dass du es irgendwie zu unserer Base bringst oder so? Ich hoffe, dass ich es hinkriege. Ja, gib mal eben. Ich bin hinter dir, hinter dir. Okay, da ist auch noch ein bisschen Gold hier. Pass auf, da kommt wieder einer von Grün. Okay, warte, ich gehe auf die. Ich gehe auf die. Geh du weg mit dem Gold. Da ist noch eins. Okay. Der holt sich jetzt das Silber da vorne. Spannende Runde auf jeden Fall schon wieder. Hier ist nochmal Gold gespawnt. Darfst du nochmal. Okay, wollen wir uns einfach eine Enderperle kaufen und auf Team Grün gehen? Warte, leg du die mal ab, dass ich hier rüber laufen kann. Die haben ja Bögen da hinten. Wir müssen mal... Ich kann nicht rüber, ich kann nicht rüber. Die haben ja Bögen. Scheiße, Alter. Oder willst du mir deine wertvollen... Oder ich gebe dir das Gold, du läufst zurück. Oh, 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 oh. Ich gehe gerade zu Team Gelb, weil die sind... Ich kann ja nicht weg aus der Mitte, weil Team Grün steht da hinten und kämpft mit einem Bogen. Ach so. Ja, warte, dann müssen wir einen sicheren Weg bauen. Wir dürfen nicht das ganze Gold verlieren, Alter. Jo, er hat einfach alles. Er hat Spitzhacke, Schwert. Warte, ich gucke gerade mal, ob er einen Bogen hat. Wie viel Gold hast du jetzt, Luca? 13. Fuck, Mann. Soll ich mal laufen einfach? Warte. Ich könnte... Warte, machst du es jetzt? Ich bin in der sicheren Base schon mal, in der Mitte da. Okay, es schießt auch niemand auf dich. Doch, der eine hat einen Bogen. Der eine hat einen Bogen gespannt. Also wer denn? Team Gelb oder wie? Team Grün. Team Grün habe ich eigentlich unter Beschuss gerade. Also da dürfte nichts passieren von deren Seite. Oh Gott, ich habe ja gar keine Blöcke. Wie soll ich denn da rüberkommen? Wo rüber? Bei uns. Da hat irgendwer so eine riesige Scheiß-Mauer gebaut. Ich habe gar keine Blöcke. Fuck, Max, du musst kommen. Ja, ich komme, ich komme, ich komme, ich komme. Ähm, scheiße. Fuck, fuck, hinter mir ist einer. Okay, gut. Komm, Luca, komm, Luca, komm, Luca. Ja, der schießt auf dich, der Typ da hinten. Komm, jetzt, ich habe ein halbes Herz. Ich habe ein halbes Herz. Okay, ich habe das Gold. Boah, 21 Gold, Alter. Boah, ich, ich, äh. Nein, nein, Luca, da kommt einer. Kill ihn, kill ihn, kill ihn, kill ihn. Er darf nicht an unsere Kiste kommen. Ich bin tot, ich bin tot, schnell. Oh, ich habe ihn. Oh, Junge. Oh. Fuck, Mann. So. Dafür stirbt jetzt erst mal das Team, würde ich sagen, oder? Ich hole mir jetzt erst mal, ja, Junge. Irgendwer muss jetzt sterben, Alter. Was fällt denen denn ein? Alter Schwede. Erst mal Rüstung holen, Junge. Und dann erst mal Energy Drink. Oh, Bruder. Das war ja mal richtig Action. Junge, wir brauchen auf jeden Energy Drink. Ich habe, weil ich noch ein halbes Herz hatte, habe ich schnell alles in die Kiste gelegt, ne? Und, dass ich es halt nicht verliere, wenn ich jetzt sterbe. Und dann bin ich auch dem Typ mit der Hand und habe dann auch schnell das Schwert rausgenommen und habe ihn angegriffen, Alter. Willst du auch einen Bogen? Ich habe einen, ich habe einen. Okay. Wie viel Gold hast du übrig? Neun. Okay, dann müssen wir nochmal in die Mitte, dann holen wir ein bisschen Gold für eine Enderperle und dann, äh... Ja, warte, ich hole mir noch irgendwas zu essen und noch ein paar Blöcke. Alter. Team Gelb, die Hurenzähne. Alle sind das Penner, Alter. Immer Team Gelb, ne? Das letzte Mal war es doch auch Team Gelb. Ist halt wirklich so. Diese, diese verdammten Wichser in Team Gelb sind nur Hu. Blödmänner, immer. Lass mal das Gold in der Kiste. Wollen wir Team Gelb jetzt endgültig zerstören? Äh, ja, können wir machen. Ich habe mir noch eben eine Rüstung gekauft. So, jetzt können wir los. Warte, ähm, soll ich mit einer Enderperle zu Team Gelb gehen? Meinst du, schaffst das? Ja. Soll ich es auch machen? Ähm, da müssen wir noch ein bisschen sparen, dass du dir auch eine Enderperle kaufen kannst. Also, es kann halt nur einer machen. Wenn du es dir zutraust, kannst du es auch machen. Alter, 13 Gold kostet eine. Ja. Ne, ne, mach du das mal, dann gehe ich irgendwie in die Mitte. Da ist Team Grün. Lass mal eben auf Team Grün gehen. Der baut sich da gerade zu unserem Eisen hin. Warte eine Sekunde. Wenn ich jetzt halt runterfalle, ist alles Gold weg, Alter. Das ist immer die Sache, wenn man so eine Enderperle mit sich rumträgt. So. Alles klar. Also, ich bin jetzt eigentlich bereit. Ich habe eigentlich die bestmögliche Ausrüstung. Hat der einen Bogen da? Ich glaube nicht. Ich laufe mal rüber. Also, soll ich mich allein auf Team Gap kümmern, oder? Fuck, Mann. Ich habe ja keine Spitzhacke, Alter. Oh, er ist tot. Nice. Eine Spitzhacke habe ich schon wieder vergessen. In der Kiste bei uns liegt eine. Boah, Alter. Hätte ich mal direkt so einen safe Weg gebaut. Okay, okay, okay. Die wollen sich hier gerade das Gold in der Mitte holen. Okay, er geht zu Team Gap. Dann lasse ich ihn die anderen ablenken. Und dann... Oh, fuck. Was ist los? Ich wurde gerade abgeschossen. Wie haben die das denn geschafft? Pass auf, Alter. So, warte. Ich hole mir jetzt mal eben noch hier eine Spitzhacke. Ich gehe lieber wieder zurück. Ich habe echt keinen Bock, die Enderperle zu verlieren. Ja, klar. Verstehe ich. So, ich habe jetzt hier noch eine Spitzhacke. Okay. Und Team Gap ist hier schon wieder. Okay, beide von Team Gap sind weg. Beide tot? Nein, sie sind beide weg von ihrer Base. Und ich werfe die Enderperle zu ihrer Base. Man wird hier echt von dem Ball abgeschossen, Alter. Digi? Ich habe, glaube ich, verfehlt. Pass auf da, Alter. Pass auf. Shit, Mann. Boah, Team Gap ist jetzt so dran, Alter. Pass mal auf. Geh mal weg. Geh mal weg da. So. Warte. Geh mal weg, geh mal weg da. Die beschießen uns krass gerade. Alter, yo, yo, yo. Fuck, Mann. Aber gut, also die Base ist nice. Da sind wir auf jeden Fall ziemlich sicher. Okay, ich habe auch ein bisschen Gold wieder zurückgebracht. Wow, bei mir hat es gerade richtig gehakt, ganz kurz, Alter. Ich habe, die sind da einfach die ganze Zeit in der Mitte, ne? Ja. Aber mehr, bist du schon rüber gelaufen? Ich laufe gerade in der Mitte. Ich laufe gerade in der Mitte. Aber bessere Sachen als wir können sie ja quasi gar nicht haben. Soll ich mitkommen? Ich bin, warte, Team Gap ist schon wieder hinter mir her. Sind die hinter mir her? Alter, Max, fuck, 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 fuck. Geh zurück, geh zurück, Luca. Geh zurück. Kann ich nicht, kann ich nicht. Ich bin tot. Ich dachte, du bleibst da in der Mitte. Du läufst auf einmal zurück. Ja, weil ich Gold geholt habe und dann wäre ich gestorben. Oh, Mann. Scheiße, Alter. Junge, was ist das denn für eine Runde schon wieder? Die ist richtig krass gerade. Also, das ist mega spannend. Und die ist vor allem auch echt wieder lang geworden. Wir haben sogar gleich noch einfach ein Gespräch. Egal. Die kann warten. So, dann hole ich mir jetzt noch. Ey, das ist so scheiße, wenn die einfach in der Mitte campen. Nein, nein, ich wurde runtergeboxt, Alter. Ich war gerade bei Team Gap an der... In der Mitte ist gerade niemand. Geh schnell hin und hol dir das Gold. Chill. Hey, fuck, ähm... Also, es ist gerade wirklich niemand in der Mitte, ne? Ich bin hinter dir. Dann, ich habe eh nichts. Ich gehe einfach zu irgendeinem Team durch. Hol dir das ganze Gold, was hier ist. Am besten. Lenk die ein bisschen ab. Hier sind auch wieder zwei. Alter, hier liegen einfach vier Gold rum. Elf Gold, elf Gold. Der hat einen Bogen. Okay, dann hau ab mit dem Gold. Geh zurück. Aber pass auf. Team Gap schießt nicht ab. Aber der steht... Unseres... Nein, nein, unser Bett ist kaputt. Team Grün war es. Die hätten wir komplett außer Acht gelassen. Okay, warte, wir verschanzen uns jetzt einfach in die Mitte. Ja, ich habe jetzt sowieso nichts mehr, ne? Also... Scheiße, Alter, Team Grün gibt es ja auch noch. Ey, fuck, jetzt verkacken wir das Ganze ja auch noch. Ja, Team Grün hat uns gerade gekillt. Nee, noch nicht. Wir können es ja immer noch kaputt machen. Ich bin gerade bei Team Grün in der Base. Willst du auch kommen? Wäre ganz hilfreich wahrscheinlich. Weil ich überlebe das eh nicht mehr. Ich habe ein halbes Herz, ich habe ein halbes Herz. Ich bin tot. Scheiße. Wie konntest du das auch machen? Ich wollte nicht rächen. Die haben unser Bett zerstellt. Ich habe Team Gelb runter. Ja, guck mir wenigstens noch zu. Ich habe 16 Gold, Alter. Was soll ich denn jetzt machen? Ich kann ja nicht rüberlaufen. Du kannst zu uns gehen, da ist niemand mehr. Nicht mal Blöcke habe ich. Du kannst zu uns gehen, da ist niemand mehr. Ey, du sagst 16 Gold, ne? Kauf dir auch mal eine Enderperle einfach. Achso, da kommt einer, da kommt einer, da kommt einer. Nice. Geht's uns? Ja, ich geh jetzt uns. Ich werde eh runtergeboxt, Alter. Kauf dir eine Enderperle und werf die zu Team Gelb, weil es ja einfach Team Gelb ist. Okay, ich laufe jetzt zu uns. Dann hol dir die Enderperle, werf die zu Team Gelbs Bett. Sag mal, wenn einer kommt. Oh, fuck, jetzt werde ich von hier auch noch abgeschossen, Alter. Team Grün, oder wie? Team Gelb. Shit. Wer sonst? Ach, die schwimmen wieder, die Hurensöhne. Egal, kauf dir einfach die Enderperle und dann geh ab, Junge. Fuck, Mann, jetzt sind da hinten auch noch alle in der Mitte. Junge, dass ich mal länger lebe als du. Kauf die, mach für dich. Ich bin dabei, bin dabei. Das wird cool, Alter. Wenn du die töten kannst, yes? Dann feier. Ich werde einfach noch was fressen, Alter. Wenn du noch ein bisschen Gold übrig hast, kauf dir noch einen Goldapfel, dass du die zwei extra Herzen hast. Die verlierst du ja dann. Gibt zwei Äpfel. Ich sterb einfach, weil ich die Enderperle bestimmt falsch werfe oder so. Du schaffst das. Es wird richtig G-Shit, Alter. Oh, nee, die war voll kacke geworfen. Nein! Hast du verkackt? Ja, klar. Oh, scheiße. Oh, fuck. Ich hab so selten Enderperlenwürfe geübt. Enderperlenwürfe geübt. Auch gut. Okay, du hast noch voll viele Chancen eigentlich. Digga, ich mach das jetzt. Du bist allein gegen... Nee. Hey, Kran-Craft? Ich bin doch schon längst tot. Ist das dahinter? Ich brauch ein Dings. Aber man sieht, dass du tot bist. Dann ist dein Name so Dings. Ach so. Okay, ja. Ich bräuchte eigentlich einen Energy Drink, Mann. Wenn du dir selber holst, kannst du dir auch einen Energy Drink holen. Mach TEP. Das musst du mal schreiben. OMG. Karni. Hinter dir, Team Grün. Komm, geh einfach YOLO auf Team G. Team Gelb, oder? Soll ich's mal machen? Ja, mach's einfach. Weil Team Gelb sind eh Hohensöhne. Von denen lebt auch noch eine. Aber Team Gelb hat ihr Bett echt schlau eingebaut. Also mit Kisten. Dann baust du dich am besten oben drauf und dann gehst du runter oder so. Boah. Krass Runde. Das sind auch schon wieder 17,5 Minuten, Alter. Okay. Okay, go, Luca. Go, Luca. Schön. Nice. Geh auf den mit der Rüstung. Der andere kann eh nichts. Junge, du schaffst jetzt. Oh, fuck. Nein, Alter. Schade. GG. Der hatte einfach auch ein Eisenschwert, ey, fuck. Ja. Schade. Schade. Na ja, gut. War eine spannende Runde. Wir haben total abgeloost eigentlich. Aber es war eine intensive Runde, Alter. Auf jeden Fall. Gut. Wenn ihr die andere Runde sehen wollt, kommt die heute noch bei dir? Ja. Die kommt dann. Eventuell ist die schon mal, Max, gekommen. Junge, bitte einfach nur Team Gelb sterben, ey. Na ja, gut. Wir sehen uns dann in der anderen Runde bei Max wieder. Hör da rein, mach's gut und ciao. Tschüss.